Hallo, ich bin der Christian Spohn, ich bin Fachleiter im Vertrieb für Einzelanlagen hier bei Knoll. Heute seht ihr mal wieder ein neues Video von unseren Produkten oder Anwendungsfällen, die wir für Kunden bereits umgesetzt haben. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch gerne mit uns in Verbindung setzen und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit diesem Video. Ein herzliches Willkommen bei Knoll Maschinenbau. Ich bin Bartol Kier und ich bin Produktverantwortlicher für den Plattenbandforderer P40L im Vertrieb. Seit einiger Zeit sind wir mit dem P40L auf dem Markt und ich freue mich sehr, euch diesen heute vorstellen zu dürfen. Kommt mit in die Fertigung, ich zeige euch um was es geht. Hier seht ihr nun einen P40L, der für einen dezentralen Einsatz an einzelnen und verketteten Lasermaschinen geeignet ist. Aktuell erfolgt hier der Abwurf von Laserteilen und des Abbrands. Du Holger, früher wurden doch an Lasermaschinen Scharnierbandforderer eingesetzt. Weshalb setzen wir heute Plattenbandforderer ein? Das Plattenband hält besondere Belastungen stand, wie zum Beispiel durch hohen Wärmeeintrag, durch die Laserbearbeitung. Früher mussten wir unsere Scharnierbänder alle zwei Jahre tauschen und hier haben wir ein Plattenband im Einsatz, der fünf Jahre läuft und seitdem muss man nichts am Band wechseln. Das Plattenband ist sehr verschleißarm und da es keine durchgängige Längsstelle hat, kann es sich bei hohem Wärmeeintrag ohne Verspannung ausdehnen. Ein weiterer Vorteil ist, dass das Plattenband bei einer Bandbreite von einem Meter eine Biegelbelastung von 100 Kilogramm aushält, also es ist sehr robust. Ebenso finden Laserabfälle gegen die Laufrichtung am Band keinen Spalt und somit können sich die Teile auch nicht verkanten. Zu unserem Plattenband kann ich euch noch eine weitere Besonderheit zeigen. Durch einfache Verschraubungen ist das Plattenband sogar im Servicefall simpel zu tauschen. Wie ihr seht, müssen bei einer Reparatur keine Gelenkstangen aus dem Band gezogen werden. Dies erspart dem Monteur mehr Arbeit. Eine Demontage der gesamten Kette ist nicht erforderlich. Durch den Plug-and-Splay-Tausch spart ihr Zeit und Geld. Habt ihr eine ähnliche Herausforderung in eurer Fertigung, tretet mit uns in Kontakt. Gemeinsam finden wir eine zuverlässige Lösung. Wir sehen uns beim nächsten Mal.